Wie gefährlich sind Streptokokken wirklich? Als Apotheker habe ich täglich mit Patienten zu tun, die von diesen winzigen, aber gefährlichen Bakterien betroffen sind. Und heute erkläre ich dir, welche Gefahren von Streptokokken ausgehen. Streptokokken sind das Reizwort bei uns im Team, bei den jungen Mamas in der Apotheke, wenn die zur Kita gehen oder eben zum Kindergarten. Deswegen müssen wir unbedingt drüber sprechen. Streptokokken, das sind so kleine, kügelförmige Bakterien, die sich typischerweise wie in so Ketten oder Paaren anordnen. Die gehören auch zur normalen Haut- und Schleimhautflora. Das heißt, du wirst sie irgendwo hier oder hier höchstwahrscheinlich finden. Aber die können gefährliche Infektionen verursachen. Es gibt verschiedene Arten von Streptokokken. Ganz besonders gefährlich sind die Gruppe A Streptokokken, weil die sind für Scharlach, für Mandelentzündung oder Hautinfektionen zuständig. Also all das, was dein Kind nicht braucht. Die Gruppe B Streptokokken, die sind besonders bei Neugeborenen gefährlich. Die können zu schweren Infektionen wie einer Hirnhautentzündung, also einer Meningitis führen. Woran erkenne ich jetzt so eine Streptokokken-Infektion? Da können ganz verschiedene Symptome hervorgerufen werden, von Halsschmerzen, Fieber bis zu schweren Hautinfektionen. Und ohne eine rechtzeitige Behandlung wird es wirklich gefährlich. Da können dann eben Folgeerkrankungen kommen, wie rheumatisches Fieber oder eine Glomerulonephritis. Und dann werden eben Herz und Nieren geschädigt. Wie macht der Arzt die Diagnose? Das erfolgt meistens durch Abstrich und Labortest. Und Streptokokken-Infektionen lassen sich in der Regel Antibiotika wirklich gut behandeln. Es ist aber wirklich wichtig, die Medikamente wirklich wie vom Arzt benommen und dann nochmal in deiner Apotheke vor Ort besprochen einzunehmen. Und auf gar keinen Fall die Therapie vorzeitig abzubrechen, um eben Folgeerkrankungen zu vermeiden. Ich habe ja ein paar Tipps mit dabei, damit Streptokokken-Infektionen einfach sehr viel unwahrscheinlicher werden. Nummer eins, eine gute Hygiene, natürlich regelmäßiges Händewaschen, Desinfizieren. Kennen wir jetzt alle seit vier Jahren. Dann bei Halsschmerzen natürlich gerade mit deinem Kind. Schnell ab zum Arzt und einen Streptokokken-Test machen lassen. Nummer drei, Antibiotika. Immer die komplette Dosis wie verordnet einnehmen, weil sonst kommen die Bakterien zurück. Oder es kommt auch einfach dann Impfung. Es gibt eine Pneumokokken-Impfung für Kinder und auch für ältere Menschen. Denk da zumindest mal drüber nach. Sprech mit uns drüber. Sprech mit deinem Arzt, mit deinem Kinderarzt drüber. Dann Risikogruppen. Schwangere, die sollten wirklich unbedingt auf B-Streptokokken getestet werden. Eben, dass es eben nicht zur Hirnhautentzündung kommt. Nächster Punkt natürlich ein gesundes Immunsystem. Das versteht sich von selbst. Was kannst du alles machen? Genügend Schlaf, Bewegung, gute, frische Ernährung. Dann natürlich Kontakt meiden. Bei bekannten Infektionen wirklich engen Kontakt meiden. Und auch das Kuscheln bitte vorübergehend einstellen, wenn es irgendwie möglich ist. Dann natürlich regelmäßig zum Arzt gehen, also Vorsorgeuntersuchungen machen. Und dann auch ganz, ganz wichtig, auf Anzeichen von Folgeerkrankungen achten. Streptokokken sind manchmal der Anfang von einem langen Leidensweg und das muss nicht wirklich sein. Ich bin zwar Apotheker, aber eben auch Vater von zwei Söhnen und ich kenne solche Sorgen und die sind scheiße. Gerade eben, wenn es deine eigenen sind, da kannst du ja nicht klar denken. Natürlich bin ich dagegen, dass einfach mal so ein Antibiotikum verordnet wird, ohne Grund. Aber wenn eben Streptokokken diagnostiziert worden sind, die gehören weg. Die gehören weg, weil sonst wird es gefährlich mit dir oder deinem Kind oder mit euch beiden. Deswegen ganz kurz zu den Leitlinien der Ärzte, was die da so eben verordnen. Das erste ist tatsächlich Penicillin, also Phenoxymethylpenicillin heißt der wirkliche Stoff und das ist das Mittel der Wahl eben bei Infektionen durch Streptokokos pyogenes, das ist die Gruppe A und bei einer Streptokokkenangina, da hilft es auch oder eben bei Scharlach. Dann gibt es noch das Penicillin G und das wird oft bei schweren Infektionen eingesetzt. Aber was ist, wenn dein Kind jetzt kein Penicillin verträgt? Dann kommt das nächste, das ist das Amoxicillin. Das ist ein komplett anderer Wirkstoff. Das wird häufig eben bei Streptokokkeninfektionen, gerade bei den oberen Atemwegen verordnet. Gerade bei Kindern, es hat eine ähnliche Wirksamkeit wie Penicillin und ist oft einen Ticken besser verträglich. Dann gibt es noch die Cephalosporine, also die dritte Gruppe von Antibiotika, die bei Streptokokken wirken können. Gerade insbesondere, wenn dein Kind oder du eine Penicillinallergie hast oder wenn die Infektion rezidiviert, also wenn die immer wieder kommt, da kannst du ja nicht immer mit dem gleichen Hammer draufschlagen. Irgendwann wirkt das mal nicht mehr. Das nennt man dann Resistenz. Es gibt aber auch noch die Makrolide, also Erythromycin und andere wie Acetromycin oder die Klarithromycin. Die werden bei Patienten eingesetzt, wenn sie eine Penicillinallergie haben. Die sind auch wirksam gegen Streptokokken, aber bei einigen Stämmen nicht wirklich vollumfänglich. Dann Nummer 5, Schlindermycin bei wirklich schweren Infektionen oder bei Patienten auch mit einer Penicillinallergie. Im Besten ist, wenn du dir 10 Tipps befolgst und ja Hygiene und alles sonst noch und dich mit deinen anderen Homies, Mamas, Eltern, Papas vernetzt, damit es erst gar nicht dazu kommt, damit die Streptokokken im Keim ersticken. Wir haben jetzt am letzten Wochenende 48 Stunden Notdienst gehabt und da waren tatsächlich Streptokokken vermehrt da beziehungsweise vermehrt eben die Antibiotika, über die ich jetzt gerade mit dir gesprochen habe und die sind verordnet worden und zum Glück hatten wir genügend da, weil wir vorher auch mit den Notdiensthabenden Kinderärzten vorm Notdienst immer telefonieren und schauen, wie decken wir uns ein, was ist denn gerade leider am Trenden und kriege ich es denn überhaupt? Wenn du mehr Kindercontent aus der Apotheke haben möchtest, dann mach einfach ein Smiley unten in die Kommentare und bei einer gewissen Anzahl fange ich dann an, noch mehr für die Kiddies oder für die Familie zu produzieren.